Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 650 Euro pro Monat. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017